Martin, da unten ist es gedeckt, guck mal da unten! Warum? Du kriegst die Knochen. Wo ist bitte da unten? Ach da. Hol's ja doch selber. Ich will mir erstmal hier die Anfänge deiner Glaskuppel angucken. Ich wäre jetzt beinahe auf den Weizen gefallen. So, bitte. Jetzt werde ich wahrscheinlich gleich getötet. Ja, du hast es genauso gemacht. Das ist meine eine Kompass-Ranzer zerstört. Oh, wieder ein neuer Korpis. Ist doch toll. Ja, den wollte ich mir gerade snacken. Gib mir doch mal was ab, ich hab nicht so zu essen. Ich hab dir vorhin auch ganz viel Fleisch gegeben. Ein Stück. Du hast mir ein Hühnerfleisch. Okay, dann geb ich dir drei Melonen, dann ist das wieder weggemacht. Hä? Ein Hühnerfleisch bringt drei. Gebratenes. Naja. Hat er mir ja gegeben. Mhm. Alter, gib die Melonen. Gib die Melonen. Ich hab gar nichts aus dem Arschloch. Nein, da waren mehr als drei. Drei. Ich hab nichts bekommen, du hässlicher Idiot. Aha, jetzt fängt er auch schon mit Beleidigen. Hässlicher Idiot. Als ob ich dir jetzt noch was abgebe. Ich wollte dir jetzt gerade noch was geben, aber nein, jetzt nicht mehr. Ja, von wegen. Ja, wenn man jetzt auch noch angeschnauzt wird und als hässlicher Idiot. Wer hat da gerade Glas kaputt gemacht? Ja, bestimmt er wieder bei mir hier unten. Ja, klar. Oh, das war entspannend. Jetzt bin mir Glas kaputt gehen. Auch wenn du dabei nicht stirbst. Wenn du da runterfällst. Trotzdem. Ich hab zumindest Glas, um es zu stopfen, wenn du spaßt. Ja, für das Glas, was du mir abgezogen hast. Weil ich nett war. Spast. Ich hab mir jetzt weiteres Zeug. Sand. Ich hab schon mal ne stehende Holzwirtschaft. Das ist doch schon mal was. Also wenn ihr wollt, könnt ihr mal bei mir gerne oben Holzeichen hier abbauen. Aber an der Stelle, wo er den Stamm abgebaut hat, bitte wieder ein Setzling hinmachen. Was? Holzeichen? Keine Tropenbäume. Ja, ich hab erst... Ich hab keine Tropensetzlinge, Martin. Die hat mir irgendjemand gesnackt oder er gesagt, sie sind verschwunden, als ich getötet wurde von irgendjemandem. Ich weiß nicht, wie du meinst. Ich auch nicht. Ja, dann ist das ja geklärt. Ja. Ich auf der Minimap einfach immer noch unser Haus sehe. Wo ich schon fast bei unserem Fluss bin. Scheiße. Ich hab ja noch Zollen übergehabt, warum hab ich mir jetzt nochmal welche gemacht. Ach Zollen, da kann man nie zu viel haben. Ja, aber ich bin ja gleich fertig. Mit der Runde hier. Mit der Runde? Na, einmal um meinen Dings und Zaun. Wenn nicht, gib mir Zaun. Zaun kann ich immer gebrauchen. Na, ich brauch noch dann welche für meine Einrichtung. Ja, passt doch. Was nötzt denn dann rum, wenn du den Zaun noch brauchst? Ja, du schnig. Wie so eine alte Oma, nur am Löhlen. Mhm. Auch wenn es meine eigene das nicht tut, aber andere Omas. Alte Leute, verbitterte alte Leute. Ja, Florian, du bist nicht gemeint. So. Meine Plattform ist jetzt fertig. Ach, scheiße. Hast du aber noch ein bisschen Kies? Ich hab Kies, ja. Du musst ne mal die Dia-Spitzhacke bald wiedergeben. Ich brauch nicht viel. Kommst du zu mir runter? Wenn du was von mir willst. Ja, bitte. Weil runter schwimmen ist immer einfach als hochschwimmen. Verstehst du? Ja, aber ich muss runter und hochschwimmen. Oh ja. Oh, egal. Oh, das Zeug brauch ich auch. Gerne. Wir flyern hier in dem See ist ganz viel Kies, als du den haben willst. Dafür, dass du mir meine Dingses geturkt hast, meine Tür. Gehst du jetzt eigentlich hin, Flo? Oh. Warte. Ich zeig's dir gleich. Geht's jetzt zum Fluss. So, ich komm wieder. Ich steh'n. Oh. Glaub ich, das baue ich auch mal mit ab. Das kann man noch mal verwenden. Brauchst du noch nen Stack? Nein, nein. Das reicht locker. Okay. Locker, easy. Außerdem kann man noch ein paar Feuersteine fahren. Ja, Feuersteine hab ich schon. Genug. Da kann man nie genug haben. Sonst wenn wir einen Iomaten haben. Wieso? Wegen Pfeilen oder was? Ja, ja. Fein ist immer sehr nicht. Ja, gut. Brauchst erstmal Pferden für nen Bogen. Meiner ist ja auch auf offenes Rüsen. Meiner ist verschwunden in Lava. Ach, du wolltest mich jetzt schon wieder schuldig machen? Ja, wollte ich. Wahrscheinlich sind die Totensätze auch in der Lava verbrannt. Nein, die Ruhe kann sein, ja. Kann durchaus sein, Martin. Gut kombiniert, Sherlock. Woher kennst du meinen Zettnamen? Tja, ich bin halt Watson. Ich kenn ihn nicht aus. Schlein, brauchst du jetzt noch Kies? Nein. Aber ich brauch ganz, ganz viel Sand. Ja, ich bin jetzt schon ein bisschen Sand farmen, aber nur für mich selbst. Ach, weil... Ich hab jetzt drei Stacks Sand gefarmen, das hat noch nicht mal für zwei Außenringe gereicht, für meine Glaskuppe. Ja, und deswegen farm ich mir jetzt hier noch ein bisschen Sand, weil bald ist... Keiner mehr da. Ich... Ich... Ich auch. Ja, sonst leckt sich weiter. Ja, da war ich ja auch grad. Ne, ich hab ja schon wieder geframmt von... Es kommt noch was am Fluss da, oder? Ja, langsam geht's zur Neige, das Zeug. Hm... Das findest du wie Sand am Meer. Ja. Ne, Sand in der Wüste ist deutlich mehr. Also es gibt mehr Sand in der Wüste als Sand am Meer. Ja... Jetzt vergeht mir langsam die Lust aufs Zocken. Trotzdem. Äh... Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass... Weiß es nicht. Wollen wir erstmal wieder heute eine Pause machen, meine Festplatte läuft noch langsam voll. Wartet, ich muss dieses ohne zu wissen auch bringen. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass mehr Menschen in der Wüste ertrinken als verdursten. Ja, das hätte ich doch nicht gedacht. Ja, aber jetzt sag mir bitte, wie das geht. Außer, dass du in der Oase ersäufst. Wiss ich nicht, ich hab's aber gelesen. Bei unnütztes Wissen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich will auch nicht. Äh... Martin, bei dir ist auch ein Ozelot im Haus drin. Ja, die Viecher spawnen doch... Lass sie bitte, lass sie, bitte. Ja... Die Viecher spawnen und vermehren sich doch. Ich will, ich will da, ich will eine Mietze haben. Katzen sind geil. Die Katzen sind für hässlich. Eigentlich, ich meine, die Hunde und Katzen sind für hässlich und sinnlos. Das sind geile Haustiere. Ja, aber die sind so dumm und unfähig. Leute, du hast gerade einfach von deinem Fuß gesprungen, die Katze. Naja, die sind einfach unfähig und dumm. Die sind einfach von deinem Haus gerannt. Meines. Auf der einen Seite, wo du den Haus aufnimmst. Meines. Mh. Na, traurig. Warte, bevor wir... Warte, können wir noch sechs Minuten aufnehmen? Dann habe ich nämlich die Stunde voll. Jaja, ich muss sowieso noch Sandform. Sehr gut. Was denkst du, wie lange wir aufnehmen? Ich denke mal, in den sechs Minuten haben wir dann drei Stunden voll. Joa. Ich auch. Hast du an das Skype-Coffee gesehen, denk ich mal. Ich wollte eigentlich sagen, ohne auf die Skype-Coffee zu gucken. Tja, Mortimaster. Es war es zu langsamer. Egal. Nicht so wichtig. Drei Stunden Aufnahme läuft bei uns. Mh. Aber wenn man bedenkt, das sind nur zwölf Parts. In Anführungsstrichen nur zwölf Parts. Ja, aber nach Fernwärter, denke ich mal. Auch noch ein bisschen Zeitraum. Also, wollen wir den Fernwärter nochmal aufnehmen? Ja, oder? Einmal noch. Stimmt. Ja. Ja, also jetzt in der Woche, jetzt geht's wahrscheinlich nicht mehr. Außer halt Samstag und Sonntag. Aber bis Samstag geht nicht. Ja, mach's nix. Und in der zweiten Woche halt. Joa, alte. Ich weiß aber nicht, was diese Aufnahme los war. Übelst oft hatte ich irgendwelche Unterbrechungen. Und bei euch, ihr wart die ganze Zeit da. Und ich die ganze Zeit... So, erstmal hier wieder nach oben schwimmen. Trotzdem ja, wir haben voll viel aufgekriegt über die Ferien. Ich hab mir heute übrigens die Welle gekauft. Ich kaufe mir das nicht. Nicht blöd. Wenn man noch ein altes Buch hat davon. Ja, wir haben ja kein altes Buch davon. Ich hab so einiges... Ich bin witzig. Alter, bist du nur blöd. Alter. Florian. Mach das Wasser wieder hin. Kleiner Kanacke. Du bist schon wieder runtergefallen. Ja, ich muss ja runter, weil das Wasser abgeflossen ist. Wenn ich aber Kies setze, da passiert nicht wirklich was, oder? Aber... inwiefern? Witz auf mit dem scheiß Kies. Es stapelt sich da unten unnötig. Alter, jetzt lass es. Florian. Oh man, du machst so richtig dabei. Ja toll, jetzt komm ich hier nicht mehr... Alter. Ich geh mir bald einen alternativen Weg. Ich geh mir so auf die Hälfte. Okay, ich hab kaum noch Kies. Ich lass das mal. Das wär jetzt eindeutig ein Kiel verdienen. Übrigens, Flo, ich werde mich beeilen. Lass das doch mal mit dem Kies. Ich werde mich beeilen. Warum machst du das eigentlich von meiner Etage? Was machst du eigentlich immer bei mir? Du bist der Einzige, der gerade zu Hause ist, Marty. Boah, nein, Florian ist auch hier. Ja, aber Florian ist ja der, der trollt. Ja, das ist mir egal. Das ist mir egal, was ich trollt. Anscheinend ja nicht. Ach, lol. Jetzt seh ich gerade in meinem einen Ofen ist noch ein Stackglas. Dafür hab ich jetzt so viel gefarmt. Oh, ärgerlich. Aber da hab ich jetzt erstmal genug. Da kannst du mir einen Stack abgeben. Ich geb dir nie wieder was. Weil ich kriegst ja nicht zurück. Hä? Ja, ich hab dich jetzt so oft gefragt. Kannst du mir das bitte zurückgeben und die Löcher reparieren? Keine Reaktion. Das hätt ich ja bald gemacht. Ich wollte nur die zweite Ebene bei meiner Glasgube machen. Das hab ich schon vor drei Stunden gesagt, dass du das machen sollst. So, warte mal ganz kurz, wenn mal ganz kurz stehen. Ich dachte, ich noch einmal Schlag aufgeschlagen hast. Ja, weil du penetriert hast. Ich hab da keine. Und guck mal, was ich esse. Na, guck mal. Oh, cool. Hab ich auch. Ja, das sind deine. Ganz soft. Boah. Ja, aber keine Bannung. Eigentlich relativ weniger. Okay, dann geh ich jetzt mal hoch zu dir und ernte ein paar Melonen. Was für Melonen du passt? Halt Melonen pflanzen. Für die Melonen Samen haben, die du mir jetzt genommen hast. Die Kieswand hält mich auf. Oh, jetzt will er mich töten. Na los. Nein, bitte töte mich nicht. Alter, verpiss dich. Kleiner Spaten. Nur austeilen können, aber nicht einstecken. Die ganze Zeit trollen, mir Sachen wegnehmen und mich dann töten wollen. Wieso stehst du da unten in deinem Gang so krass und baust den Zug mit Stein? Mein Huhn. Mein Huhn. Mein Huhn. Aber erst. Ja, aber erst. Ich muss nach Hause gehen. Okay, lass die Aufnahmen beenden. Nein, ich war nicht so gut. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschau.